Wenn man an Hühnerküken denkt, da haben ja viele dann so ein ähnliches Bild vor Augen von einer Glucke mit glücklichen kleinen piepsenden Flauschbällen. Aber vermutlich macht sich kaum jemand Gedanken über die Schattenseiten, die eine Brut unweigerlich mit sich bringt. Egal ob Naturbrut oder Kunstbrut. Auch dieses Mal haben wir bei beiden Bruten Verluste erlitten. Bei der Glucke im Nest haben wir ja ein Küken gefunden, was zwar geschlüpft war, aber dann anscheinend so schwach gewesen ist, dass es gestorben ist und von den anderen ja platt gedrückt wurde. Und ein Ei ist ja auch gar nicht ausgeschlüpft, genauso wie eins im Brutautomaten nicht. Diese beiden Eier haben wir auch mal geöffnet und da haben wir dann ein halb entwickeltes Küken gefunden, wo man den Schnabel und die Füße schon erkennen konnte, aber die ganzen Innereien im Bauch noch überhaupt nicht vollständig waren. So ähnlich sah es auch bei dem nicht geschlüpften Ei im Brutautomaten aus. Das war schon deutlich weiterentwickelt, aber auf jeden Fall auch noch nicht schlupfreif. Und hier hat man auch nochmal gesehen, wie derb wirklich diese Eihaut sein kann, wenn sie einfach zu sehr austrocknet und wie schwierig das dann für die Küken ist, da rauszukommen. Und hier hat man auch noch einen kleinen Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-Eich-